Oh mein Gott, Freunde, wir haben den Anizulator getestet. Ich glaube, so langsam erlangt er seine alte Macht wieder zurück. Gut, so, dann können wir endlich verdrungen sehen. Oh Mann, Freunde, schaut euch an, hier ist das gute Teil. Oh Mann, man, 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 das lässt nochmal einen fetten Daumen da. Jetzt sollten wir bestens gewusst sein, dann können wir auch endlich diesen vertrungenen Maske abnehmen. So, Freunde, seid ihr bereit? Wir gehen jetzt auf Hantomiak. Jetzt ist dieser Fantomiak. Wow, was war das denn? So, Freunde, wir sind jetzt nochmal kurz zum Game gegangen. Jetzt werden wir noch ein bisschen mit dem Anizulator umgehen. Gibt es, Gamey? So besser vernichten, Freunde, müssten jetzt noch unten, nicht, dass ihr auch noch eine Waffe habt. Ja, stimmt, Freunde, das wäre echt furchtbar. So, Freunde, also beginnen wir zu schießen. Bereit? Drei, zwei, eins. Ja. Freunde, komm, sind sogar nicht rüber. Ich hoffe, da kommen wir bald die richtigen Blitze raus. Von da halt, nämlich schon die leren Blitze mit der, was wir die Game-Wooge-Booge gemacht hat. Oh ja? Ich komme schon ein bisschen was. Ja, Freunde, es könnte mit dem Anizulator wieder werden. Okay. Na ja. Ich glaube, fürs Erste haben wir genug gebupt, Gamey. Oder, Bruder, brauchst du, oder, Gamey, hast du vielleicht noch eine Idee mit, wie er seine Macht wieder zurückbekommen kann? Oh Mann, Freunde, wir brauchen irgendein Ritual. Gamey, hast du vielleicht eine Idee? Okay, Gamey sagt, er hat eine Idee. Okay, das Anizulator-Ritual, klingt auf jeden Fall ganz gut. Freunde, ich hole dir mal die Sachen. Warte mal, deswegen kann ich die Aufnahme gar nicht auf Pause drücken, ne? Im Mund ist halt schnell so die Sachen. Kerzenständer, oder? Okay, Freunde, Kerzenständer, Ständer haben wir. Gamey, was brauchen wir als nächstes? Okay, wie, das war schon alles? Okay, Freunde, dann könnten wir eigentlich auch schon direkt starten. Ich hoffe, der Anizulator gewinnt dann endlich seine volle Macht. Ich glaube, ich glaube, oder? Ich glaube, oder? Ja, das ist... Wow, das fällt beinahe ja noch die Kamera um. Ja, okay. Dann legen wir den Anizulator mal da hinten hin. Okay, lassen wir das da einfach mal 10 Minuten liegen. Freunde, lass in der Zeit jetzt schon mal einen fetten, fetten Daumen nach oben da. Mann, Mann, Mann. Ich guck mal kurz auf die Uhr, dann müssen wir genau mal die 10 Minuten rum sind. Okay, wir haben jetzt 11.39 Uhr, also bis 11.49 Uhr müssen wir mindestens noch warten. Das sollten wir doch hinkriegen. Ja. Oh Mann, 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 Freunde. Okay, 5 Minuten sind rum. Melde mich dann wieder, wenn die 10 Minuten um sind. Okay, die 10 Minuten sind jetzt rum. So, hier ist der Anizulator. Testen wir ihn direkt mal aus. Gaini, bist du bereit? Ja, ich bin sehr gespannt, dass der Anizulator funktioniert, Freund. Ja, auch Zeit, dass es jetzt mal ein fetter Daumen nach oben. Ja, genau, Freund. Okay, ich drücke dann jetzt in 3, 2, 1. Bläh, da passiert immer noch so viel beim letzten Mal, hä? Komisch, da hat das Anizulator-Ritual wohl nix gebracht. Mann, 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 was ist denn da los? Ich weiß? Das ist doch nicht alle 10 Minuten. Vielleicht brauchen wir noch mehr Sachen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssten wir mal wieder eure Kommentare durchlesen, seit deinem Moment. Ja, Gaby, das ist eine gute Idee. Das müssten wir echt mal wieder machen. Entschuldigt, Leute. Ich muss den Streich absagen. Aber trotzdem danke. Ich bin ein Phantom. Was sagst du denn hier? Eine Waffe also. Sie gehen also gegen mich eine Waffe holen. Und du willst nicht verraten, welche. Naja, ich kann das nicht so halb denken. Und ich habe auch eine Anti-Waffe. Ich habe nämlich einen Fake-Anizellator errichtet. Und sie gehen wahrscheinlich den Echten holen. Ich habe die Videos gesehen vor hier. Von mir kannst du nichts verstecken. Und ja, ich weiß, ich habe nur einen Handschuh an. Aber trotzdem bin ich mächtig. Auch mit nur einem Handschuh. Fakten zu finden. Fakten kannst du den Yagos-Hilfe retten. Worauf wartest du noch? Schönes Rückkehr. Jetzt jederzeit kostenlos spielen auf www.togo.de Ach, Forky. Du hältst also, dass Gaby und alle Rocky-Galbers dafür rückkommen. Ja, schön. Ich kann sie gerne zum Kampfsbettel herausfordern. So, die Nassgebirge sind weiter nach oben. Ha, 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 ha. Bald ist ja pure Stille. Der Fernseher ist aus, Forky. Jetzt ist es leise. Jetzt kannst du nichts mehr tun. Forky, ich habe dich in meiner Hand. Ha, 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 ha. Ach, Forky, ach, Forky. Mach doch. So, so, Forky. Du bist also ein Feigling. Ich habe den Feig-Anizillator dabei. Forky, ich kann dich jederzeit vernichten. Ha, 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 ha. Soll ich Forky vernichten? Nein, bitte nicht. Oh nein, Hilfe. Oh nein, Hilfe. So, das ist umfolgt. Ach, Forky. Niemand kann dir helfen. Ayuroki, Game of the Game. Die sind gerade nicht da. Ha, 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 ha. Mehr seht ihr in der nächsten Folge. Bis bald, Freunde. Herr frosi. Tack, бли itse. Wir haben noch empatrsa. Wir haben uns folgt. Vielen Dank.